Hey Freunde und willkommen zu ConTime. Bevor es richtig losgeht, wollte ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass das Spiel sehr verpixelt aussieht. Erstens, weil es so aussehen soll und zweitens, weil das Spiel eine sehr geringe Auflösung hat und ich es hoch skalieren musste, ist es jetzt noch ein wenig verpixelter. Aber naja, die Texte könnt ihr jetzt sehr schwer lesen, aber ich übersetze es ja halbwegs. Und ja, lasst euch nicht abschrecken, es ist sehr interessant und ich hab den Sinn nicht so richtig verstanden, aber naja, vielleicht versteht ihr es und viel Spaß damit. Hallo Freunde und willkommen zurück zu ConTime. Zurück waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht, lass uns einfach mal beginnen. Vielleicht, vielleicht hab ich es ja schon gespielt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich lebte in einem kleinen Kothaufen, isoliert von der Ruhe und der, 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 der Rechte. Ja, und mein Zuhause war sowas wie Arkin und sein Inescapable Prison. Ja, so ist es. Und während ich dort dann ein wenig gechirpt habe, das ist was anderes, twerking, chirping, habe ich dann Pfeile ins Gesicht bekommen und ich mochte den Sound der Winde. Komische Story, komische Story. Okay, kann ich mich jetzt hier, okay, ich kann mich bewegen. Die Maus geht nicht aus dem Bild. Hi, du, was ist das hier? Ist das Minecraft? Hier habt ihr Minecraft. Zusammen in einem Horrorspiel. Hey, du. Was bist du denn für ein kleiner Zwerg? Oder bin ich einfach nur ein Riese? Ihr seid ja alle voll klein. Hey, hey, did you know that these pieces of old technology you have here are pretty interesting? If you're ever selling something, let me know. Ich verkaufe aber gar nichts, so Arschloch. Das ist alles meins. Meins! Guck mich nicht so an, ich bin selber meins. Huh, du? Moment mal, den Anzug kenne ich. Bist du nicht nackt zur Party gekommen? Du warst nackt. Wow. Okay. Okay, mit dir lege ich nicht an. Mich nicht an. Okay, was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Soll ich hier... Ist das mein Zuhause? Schmeiß ich gerade eine Party? Und soll... Jetzt ein bisschen für... Die Musik ist weg. Kann jemand die Musik bitte anmachen? Die fette Partymusik? Wie, die war nicht fett. Apropos fett. Das Kleid, ne? Das steht ja gar nicht. Ähm, do you know a person's? If that man with the suit jacket is married, he has no ring on his left ring finger. Oh, they will wissen, ob der nackte Typ hier... ...verheiratet ist. Huh? Ist der gerade das lang geflogen? Haha. Hör auf die Wände anzusteuern, du kranker Bastard. Okay, ähm... Da geht's... Kann ich das hier... Ist das ein Zettel oder sowas? Da gab es noch keine Steuerungstipps oder sonst was. Press E to interact. There are guests in my house. I can't leave them. Okay, so. Du hast nichts gesehen. Ich wollte euch nicht verlassen oder sowas. Komm, geh weg. Ähm... Was mit dir? I didn't want to come here. I missed my mom. You don't look like a bad person. I like you. Ah, ich mag dich auch. Zum Fressen gehören. You don't like a bad person. I like... Alter! Hör auf mich so doll zu liken. Ständig zu knuddeln. So. Okay, mit wem haben wir noch... Mit Bart Simpson haben wir nicht geredet. Hey, did you notice that girl in the kitchen? I may hit her on her. Oh, der hat sich verliebt in das Mädchen in der Küche. Wo ist das Mädchen in der Küche? Weiß jemand, wo meine Küche ist? Hier drin? Ah. Oh, hey. Hallo. Ich bin glücklich to help with din. Ah, sie ist glücklich mir zu dienen. Ja, dinner heißt was anderes, aber ich interpretiere es so. You know, to be honest, I shouldn't be here. Have you seen the kid in some other room? I suppose to babysit him. But as soon as I knew about this party, I couldn't help but come. Okay. Could you pass me that knife on the table, please? I'll cut the bread so we can surf it. Ah, da ist das Messer. Yes. Hier. Could you pass me that knife on the table, please? We can surf it. Hier. Nimm es. Nimm es. Could you please do... Wie, aktiviere ich's? Alter, ich schlachte sie doch ab, wenn ich jetzt links klicke. Da, ich... Schlachte. Ich stechze. Hier ist das Messer. Oh, Gott, ich wollte es nicht. Du, ich hab vergessen, wie man Messer gibt. Oh, mein Gott. Oh. Nein. Ne, da, das ist, das, das haben Frauen. Einmal im Monat. Und, oh, mein Gott, you stabbed her. Du hast sie getötet. Hilfe, er hat jemanden getötet. Er hat sie getötet. To calm yourself. Okay. Was? So. Okay, wir brauchen unbedingt Tampons. Unbedingt Tampons. Ich hab sie echt nicht umgebracht. Sie wollte nur mein Messer. Mein Messer. Und dann ist sie verblutet. Nachdem ich jetzt in den Rücken gestochen habe. Okay. Woher soll ich wissen, dass Menschen sterben? Oh. Ich dachte erst beim 30. Mal zu stechen oder sowas. Press E to interact. Okay. To cut the power. Was ist los mit uns, Mann? Wieso wollen wir alles töten? Ich soll jetzt hier runter nach unten, ne? Okay. Und die Power-Karten. Was hab ich hier getan? Hi. Pff. Erstmal am piksen. Hi. Okay. Sie ist tot. Hi. Okay. Ich kann dich nicht töten. Ja. Oh mein Gott. Pff. 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 Ich mach dich kaputt, jo. Okay. Was ist los mit dir? Wer, 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 bist du? Du bist die da, ne? Du bist die da hinten. Du bringst mich um, oder? Oh. Oh. Meine Ohren. Blöde Schlampe. Oh. Oh Gott. Ich hoffe, euch tat's auch weh. Ich bin nicht der Einzige sein, der leidet. Oh, hey. Was? Willst du sie beschützen, oder was? Du willst sie beschützen? Aber du hast keine Chance gegen mein Supermesser. Häl-ja. Au. Outsch. Wo ist der hin? Ich muss die alle umbringen. Wie warst du das? Du kannst in der Nähe. Was ist da? Ich hab... Hi, kleiner Mann. Oh. Elena. Wer ist Elena? Elena wird dir nicht helfen. Elena ist wahrscheinlich schon tot. Genau wie du's gleich wirst. Komm schon. Ich bring dich zu Elena, kleiner Sohn. Mann. Sohnemann. Kleines... Kackhäufchen. Keine Ahnung. Sagen das Pichos? Schau mal hier, eine Toilette. Ich werde hier in Einzelteile schneiden und dann die Toilette langsam runterspülen. Komm schon, wo bist du? Hä? Lass mich dich umbringen. Wahrscheinlich oben, was? Oh ja, ihr wartet alle oben auf mich. Hä? Was plant ihr? Ich hab'n ganz einfachen Plan. Einfach mein Messer in euch zu rammen. Hör! Ist sie weg? Hab' ich sie? Ich hab' sie... Ich hab' sie gegessen. Oh, viel lecker. Oh nein! Sie flüchtet! Aber ich kann dir folgen, meine Liebe. Was ist das? Ist das ein Aktfoto von einem Hund? Verdammt, sind wir krank. Hallo! Hier ist Holly! Hey, kleiner Mann! Dich werde ich... Mami! Where are you? Oh, ich will ihn nicht töten. Er ist mir irgendwie sehr sympathisch. Aber zuerst folgen wir mal dieser Blutspur. Hallo! Wo bist du? Oh, wer ist da denn? Hi! Hör! Komm her! Hör! Ich dreh durch! Diese Frau in Weiß! Sie sagt mir ständig, ich soll dich töten. Ich kann nichts dafür. Trägst du sie gerade? Oh, das war ein Kropp. Wo ist sie? Hör! 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 Was tue ich hier? Warum tue ich das? Ich bin verrückt. Ich... Warum habe ich eine Gans hier? Ist das eine besondere Gans? Und ich will diese blöde Trüppler nicht mehr töten, weil das tut ihnen in Ohren voll weh. Oh, guck mal, hier ein Selbstporträt. Habe ich selber gezeichnet mit... ...Nagellack und Vogelmiss, der auf meinem Auto gelagert ist. Habe ich abgekratzt und dann die weißen Stellen damit gemalt. Oder dir gefällt es doch, oder Bart Simpson? Komm... Hör! Scheiße! Viel zu schnell! Ich glaube, ich muss mich anschleichen, anpierschen an die Person. Wo bist du? Du kannst nicht weit weg sein. Keiner kann hier flüchten. Hä? Da ist er doch. Nein. Du nicht. Du machst mir Angst. Und hier drin ist er nicht. Hier aber... Ha! Nein. Das heißt, die müssten alle unten sein. Hallo? Holly ist hier. Möchte sein neues scharfes Messer testen. Komm schon. Hey, Bart Simpson. Du wolltest doch diese... ...in der Küche hier... ...hitten. Hä? Ich hab sie für dich gehittet. Ich hab dir die Arbeit abgenommen. Denn mein Messer ist viel schärfer und es würde dich echt heiß machen, das Messer. Komm doch her! Hast du dich hier irgendwo versteckt? Oh, da bist du. Da bist du. Und du konntest diesmal nichts unternehmen, meine Liebe. Was tut ich hier? Ich weiß nicht. Okay, weiter geht's. Ob sie im Keller sind? Ich weiß nicht. Hier gibt es noch einige andere Räume. Hallo? Gar nichts. Das Schlafzimmer. Können wir raus? Oh, wir können raus. Oh, sind die jetzt hier draußen oder was? Hallo? Hey. Lass uns doch verstecken spielen. Jetzt spielt ihr schon. Dann such ich euch jetzt, okay? Und wenn ich euch finde, darf ich euch einmal piksen. Und falls ihr es überlebt, dürft ihr zurückpiksen, okay? Machen wir es so? Ich hab dich gesehen. Ich hab euch gesehen. Ich seh euch alle. Ich seh euch alle. Und das Letzte, was ihr sehen werdet, bin ich. Komm her. Komm her. Nicht wegrennen. Bleib stehen. Nein, Ernst, bleib stehen. Du bist viel zu schnell. Mein Messer ist zu kurz. Komm her. Komm her. Tut's weh, ja? Somebody help me. Ich helfe dir. Ich erlöse dich. Warum? Ich verstehe die Story nicht. Warum? War die Party so scheiße, dass wir... Wir haben keine Ausrede gefunden. Wir dachten uns... Wir müssen irgendwie die Partygässe loswerden. Einfach sagen, dass ich jetzt keine Zeit hab oder... Einfach keine Lust mehr auf die hab. Nee, das wär... Das wär viel zu... Viel zu... Nicht Gentleman-mäßig, weißt du? Viel zu unhöflich. Und deswegen schlachten wir sie alle ab. Und die erfahren nicht, dass ich kein... Gentleman bin. Ha? So, es ist wahrscheinlich abgelaufen. Was ist los? Beschützt du? Den toten Typen hier? Ja? Pass auf, ich hol mir jetzt den Jungen. Es wird mir schwerfallen, weil er mich mochte. Aber... Menschen verschwinden nun und ändern sich. Eben. So ist es nun mal. Das war alles cool. Wir müssen uns anschleichen. Wir müssen uns anschleichen. Nein! 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 Ich will das nicht! Oh mein Gott! Warum? Was ist das? Ein Mörder-Simm... Nein, ich will das... Hör auf zu meinen! Oh Gott! Was jetzt? Habe ich alle umgebracht? Er ist doch tot jetzt, oder? In den Keller. Wir müssen wieder zurück in den Keller. Lassen wir zurück in den Keller. Ja, vielleicht ist es eine Opfergabe, damit wir unsere Frau wiederbeleben können. Ja, so ist es. So ist es wahrscheinlich. Du, hier, habe alle für dich umgebracht. Okay, anscheinend doch nicht. Verdammt! Wen habe ich denn übersehen? Hallo? Hallo, mach mal Piep oder sowas. Oder Klingelingeling. Kann ich hier drin spielen oder sowas? Nein. Mö! Du bist tot, oder? Oder muss ich da noch weiter... Igh! Seht euch das mal an! Aber immerhin hat er es ins Klo gemacht. Wahrscheinlich nach dem Tod. Okay. Suchen wir mal die letzte Person und hoffen, dass sie jetzt hier irgendwo ist. Die müsste aber oben sein, ne? Oder ich musste das Kind irgendwie öfters anstupsen. Ist nur ein Videospiel. Ist nur ein Videospiel. Alles cool. Ist tot. Hier ist nichts. Befindet sich hier etwas? Hör! Nein, auch nicht. Wo? Was ist los mit dir, hä? Muss ich die auch abgeschlachten? Ohren zu! Au! Scheibenkleister. Soll ich die Gans töten? Hallo? Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt die ganzen Hexen töten oder was? Und... Und... Au! Gott! Okay. Gut. Ähm... Gleich sollten wir jeden mal anpiksen. So. Hier oben ist gar nichts mehr. Da gibt es auch keine anderen... Also... Wir sind alle Wäger gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie rausholen. Gehen wir raus. Deut. So. Oder doch hierhin. Ist hier das Ende. Und hier muss ich jetzt alle verbrennen, oder was? Naja, wir können reingehen. Weil wir ein Geist sind. Wir sind ein Geist. Wir sind schon ein Geist. Das ändert alles. Eigentlich nicht. Steckt sich da hinten in der Ecke jemand? Na komm, dann töten wir die jetzt mal. Ich glaube, ich muss das machen, weißt du? Und die dann gleich wiederbeleben, oder sowas. Schauen wir mal da hinten. Ansonsten haben wir doch alle umgelegt, die auf der Party waren. Der Typ mit dem Anzug, den haben wir auch erledigt. Oh, guck mal. Dennis fällt. Einfach mal schauen, ob sich da in der Ecke jemand versteckt. Ansonsten flüchten wir jetzt einfach und lassen die Leichen Leichen sein. Da ist der Ausgang. So. Kranke Spieler. Ich weiß nicht, was das Spiel uns sagen möchte damit. Keine Ahnung. Also ich habe echt ein schlechtes Gefühl. Ein Gewissen. Oh mein Gott. Da. Was ist das hier? Hallo. Wer bist du denn? Ganz alleine hier. Du dachtest, du hast mich abgehängt oder sowas, was? Dann stechen wir dir einfach mal in die... COP! Bleib stehen! I need to call the cops. Ja, dann mach ich's doch. Haben die kein Handy oder sowas? Oder habe ich durch die Stromversorgung alles zerstört? Nein, du rufst nicht die Bollen. Bleib stehen! Das wird ja immer noch nicht klarer. Ich mag den Sonnen des Wind. So calm. Ach, wir sind wahrscheinlich in so einer Nervenheilanstalt, weißt du? Wo wir nur... Okay, es ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine Runde Survival Games in Minecraft. Wir haben uns gut geschlagen, haben alle zerstört und haben nicht mal einen Hit kassiert. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Wir sehen uns 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 dann. Bis zum nächsten Mal.